ja zu gucken hat zwar einen neuen WDR es ist um allein zwei Teilen und ihr seht hier sind schon recht viele da und in meinem Team die ist der wie heißt er dann der Knödel HD ja und in etwa ist es so in die Richtung von der Wahl wir haben alle ein Leben wenn wir sterben sind wir dort und da rechts seht ihr die Teams die nach Farbe geht ein Team Prozent und ja es ist heute mal langsam losgehen und was erwartet du dir von dem Projekt Knödel Prozent Prozent Spielspaß und Spannung naja das wollen alle es ist sehr jetzt ja gab es ja auch schon um allein 1 in der Stadt der Welt ich bin ganz am Schluss gekommen aber ich hatte nichts mehr geholfen ja das war ja auch ein war nicht ganz perfekt am Schluss dann der so geht es jetzt los ich frage es auch gerade jetzt geht es los tolle Rechtschreibung blöd und hey warte wir können ja gar nicht abbauen Ui alter Digga der Chat leckt voll bei mir nicht oh na dann ich kann mal ein bisschen schauen in den einstellen ok warte erstens wir laufen hinter hinten zum Berg oder ich schau mal kurz warte mal animationen hatte ich auf animationen an welche animation brauche ich rain vielleicht man die mitte seien ich ganz schön klein wo müssen wir hin welche ich dann doch zu dem bau und dann fahren wir da ein bisschen holz und dann gleich ich glaube es ist nicht ganz in der metze der stadt man sieht zwei wände aber die anderen nicht ja ein bisschen crazy aber egal hast du ein ähm texture pack drin ne leider nicht ich hab ähm nicht die Zeit dazu gehabt dass ich eins installiere und ja ist aber auch nicht so schön ich hab also das ganze mal eine default texture pack render distance normal nein ach so ich kann mich einstellen render distance short ten hinein short wie erzähl ich jetzt noch na das ist zu kurz ich mache ja noch die grafik einstellen damit wir besser spielen können so die jungen die fort quality minimap interessiert mich nicht performance interessiert mich auch nicht anders weiter vollbild das ist das 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 sind zu schnell ich stelle gerade noch maus empfindlichkeiten Lava an Portal an das 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 schreibtisch mal falsch nee k 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 m also ein bisschen zu viel er ist mit 115 15 er hat das noch mal nicht klar er die blaue team das sind sieben sie da rechts in dem wo sie gleich los kann schon abbauen hier ein ich kann ich auch noch zwar nur ein Scherz welcher ist um es wie die heißen Team von Rion oder so voll Iron ja Team Grün also wie heißen die Team wie heißen die Ender Croft oder so Ender Cliff oder Cliff Ender oder so kein Ahnung da drüben Team OP und wir Schem Team Zickerknödel ja mit dem tollen Intro das Intro ist so cool habe ich innerhalb von zehn Minuten die anderen nehmen auch schon auf manch weiß ich nicht was jetzt da los ist aber ich auch nicht mach ein 15-Counter und alter ist wann doch mal an hier ich ist ja hier ewig oder zehn okay oder alter 2 oder 0 18 um okay hat das jetzt mit ihm schon wieder los die um ich kann ab und verstehe es nicht doch jetzt kann ich auch um aber ich sage ich sage mal einfach nicht nicht dass wir uns wieder ewig brauchen oder so ein scheiß um war wenn ich wüsste das noch zehn minuten ist dann ich meine gehen wir auch so mal anders einstecken aber ich weiß ja nicht ob das funktioniert ich kann das ich kann auf der vorderseite nicht abbauen als wo es erzeugen es kommt schon ab auf der hinterseite schon ich kann alles ab und und dann wird schon ich habe zu mir hatte kurz er will ja ja ein reißig und dieser runde aber gemacht ich auch hier ich kann nur hier und hier und hier und hier und hier und hier und gar nicht nur 20 er ist geflüchtet zu sehen die warte mehr zettelung und nicht den armen nur in der bewegung fünf vier sein ernst wann kommt die null er hatte die bauern schon ab was los ist und auch der sich schon aber ich kann nicht so kommen es ist schon fertig ich kann nicht aufbauen fail geht es schon los ja eigentlich schon jetzt hat es sich wieder eingebaut ich war ernst hier ich glaube wir haben noch mal einen kurzen cut drin bis dann geht oder ich schneide es wieder einfach erkennen ja oder karten wir haben noch kurz ja okay ich lassen doch nicht okay dann bis zum nächstes bis zum ersten Part tschüss um im Schwerhaut oder nicht